Ich habe gehört, dieser Planet braucht Freiheit und Demokratie. Er sieht auf jeden Fall entspannter aus als der Eisplanet, muss ich sagen. Da war schwieriger Demokratie... Wow, was ist das für eine Stinkebombe? Hä? Wie? Okay, explodierende Pilze, die esse ich lieber nicht. Aha, wie es aussieht, war hier schon ein Helldiver und hat ein bisschen Freiheit verteilt. Was liegt denn hier noch so rum? Sonst nützlich ist es... Ah, ich bleib mal bei der Shotgun. Und was ist das? An den Zuständigten. Der Humor hier ist einfach zu geil. Langsam würde ich schon gerne mal abhauen. Ich glaube, jetzt wird es eng. Nope. Fuck. Nope. Fuck. Nope. Oh, come on! Warum verdrück ich mich immer? Ah! Shit! Könnt ihr mich nicht einfach einen Knopf drücken lassen, um mich hier abzuholen? Muss ich hier immer so eine Kombination eingeben? Jesus Christ! Da habe ich wohl im wahrsten Sinne des Wortes in ein Nest gestochen. Oh nein, jetzt kommt auch noch ein Durchbruch. Ah! Es finde es immer noch ein bisschen schade, dass die Server noch nicht gehen, dass ich hier immer alleine unterwegs sein muss. Hätte ich jetzt Verstärkung, dann muss ich mir ein MG-Geschütz besorgen. Die Dinger gehen auch gut ab. Aber solange es nur die Kleinen hier bleiben, ist ja alles kein Problem. Die kriegen ja so... Der dachte auch nicht, dass er nochmal fliegen könnte in seinem Leben. Das scheint, als hätte die Vorhut hier ganze Arbeit geleistet. Das sieht nach einem Sprengkopf aus. Jawohl. Das wäre natürlich cool, wenn wir die jetzt hier beladen können und noch einsetzen können. Das sieht nach mächtig Schaden aus. Geh mal ein bisschen vorsichtig damit um! Gleich mal einsetzen, den Artillerieschlag. Mal sehen, was der so drauf hat. Ich glaube, der ballert mir hier den ganzen Hügel weg. Na? Wann kommt er? Wann kommt er? Danke! Und sogar richtig mit Krater und Alpen. Ach, die paar Viecher schauen wir wohl alleine hier. Da brauchen wir nichts mehr rufen. Nimm Freiheit! Oh! Wo kommen die denn her? Oh mein Gott! Mit dem Ding fühlt man sich auch wie Rambo. Einfach Dauer und Sperrfeuer. Und hier kommt nichts in deine... Was ist das denn? Was ist denn das für ein neuer Käfer? What? Hat der einen Ständer oder war das einfach nur ein Grafik-Bug? Oder er freut sich einfach, mich zu sehen? Ich weiß es nicht. Es ist so dunkel. Ich sehe gar nichts auf diesem Planeten. Ich hätte gerne Fackel als Unterstützung. Oh! Ja, 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 ja. Aua, aua, aua! Mein Arm! Lass mich leben! Ich will leben! Kriegen wir noch hin, oder? Uff, easy! Meine Güte! What? Jetzt schießt mich mein eigenes LMG über den Haufen! Würdest du mich veräppeln? Hier muss er hausen, der Große. Er ist ja auch schon kräftig am Feuern. Ich feuere einfach mal rein. Ich sehe leider nicht so viel. Hat mich auch nur jedes meiner Gliedmaßen gekostet. Ist okay. Erfolg ist Erfolg. Mission geht vor. Ja, die Aufgabe habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe einfach gedreht. Hat funktioniert. Aber ob es richtig ausgerichtet ist. Warum? So, im Team macht es dann doch ein bisschen mehr Spaß. Vor allem kannst du viel mehr Feuerwerk abziehen, wenn jeder seinen Luftschlag da rein bestellt. Da haben die Käfer kaum eine Chance. Guck mal, er ist schon wieder vorbei hier. Oder rührt sich da noch was? Nö, das war's. Cool. Dann haben wir die Mission ja auch schon wieder abgeschlossen und gehen weiter. Ich weiß, dass es dumm ist, aber ich muss es jetzt testen. Ob man auf dem Schiff evakuieren kann. Ob das zählt. Ob er dich einfach mitnimmt. Wir legen uns mal lieber hin. Vielleicht wird es ein stürmischer Ritt. Oh, oh. Trommelwirbel. Na, hebt er nicht ab? Doch. Da bin ich aber weggefetzt. Oder bin ich jetzt evakuiert oder nicht? Nein, bin ich nicht. Shit. Ja, lasst mich nicht zurück. Freunde, kommt zurück. Look. Hallo. Ha ha ha.